warum in die ferne schweifen wenn das gute liegt so nah mit diesem spruch fangen wir jetzt mal an und was ich damit meine das möchte ich euch nun mal fix erklären das hier ist ein kleiner akku erfrischer der ein oder andere kennt mir vielleicht action for free verkauft den jetzt als bausatz das ist eine schöne kleine platine muss man noch bestücken mit den bauteilen und wenn man hier unten beim plus und minus noch ein bisschen isolier material darüber tut dann geht man ja auch nummer sicher das war das einzige was ich so ein bisschen bemängelt hatte aber so bei 12 volt betrieb hält einwandfrei aus allerdings habe ich den akku erfrischer nicht mit den original bauteilen bestückt bei mir sind die zwei kleinen transistoren hier bc 337 krieg 25 und der große hier ist jetzt irgendein mj 13 irgendwas den 30 50 transistor hatte ich nämlich original gar nicht mehr da und egal welchen akku erfrischer ich baute ihr seht schon irgendwann schien da dann hängen zu bleiben die led die hat irgendwie komisch geflackert ist mal ausgegangen und wieder halb an dann mal wieder ganz an so wie jetzt dann habe ich immer gedacht scheiße das ding ist kaputt heute habe ich mich noch mal herangesetzt nachdem ich einige zeichen so vom all bekam und habe den transistor noch mal gewechselt am anfang ging es wieder einwandfrei so wie sich ein akku erfrischer normal verhält die led geht aus geht langsam an bringt ganz hell geht wieder aus und nach einiger zeit hatte ich dieses theater wieder hier ja diesmal habe ich aber zum glück das ampermeter dran gelassen und das ampermeter sagt mir dass der akku erfrischer ganz normal funktioniert auch wenn die led davon irgendwie nicht so das macht was er machen soll ich habe jetzt hier einen ziemlich großen kondensator eingebaut deshalb dauert sehr sehr lange die die einzelnen pulse kommen aber wenn impuls kommt ihr seht es ist ein 1 ampere ampermeter und da reicht der kurze puls schon aus damit es damit die komplette nadel hinten auf anschlag angeht also ich denke mal so 34 ampere mindestens oder vielleicht sogar 10 ampere am kurzschluss macht das jetzt mal noch ein bisschen detail hier habe ich noch ein potentiometer eingebaut bei diesem widerstand der dazu kondensator ist und wie gesagt der kondensator ist bei mir 10 volt 2200 mikrofarad so da kriegt man das dann hin mit diesen schönen starken pulsen und jetzt möchte ich mal zu den zeichen kommen die da aus dem all kamen und zwar hat mich meine vermieterin neulich gefragt ob ich zwei mikrowellen bräuchte sagte erst mal ja toll ist es kann ja jeden mal passieren nee nee also hier passiert sowas eigentlich gar nicht normalerweise muss ich mich an meiner vermieterin immer vorbeischleichen wenn ich irgendwelche geräte zum ausschlachten mit hoch nehme die ich dann zeitweise auf dem boden zwischenlager eigentlich hat mich das ganz schön umgehauen da hat mich meine vermieterin hier das erste mal seit 2003 wohne ich hier das erste mal gefragt ob ich ob ich alte technische geräte zum ausschlachten braucht was ist das jetzt für ein krasses krasses heftiges zeichen und in solchen mikrowellen sind ja mikrowellen trafos drin und die erfahrung die ich mit mikrowellen trafos gemacht habe waren mit rosé aus paraguay und vielleicht könnt ihr euch an das mopoti h erinnern hier unten verlinke ich dann nochmal das video und die stelle wo ihr es mopoti h findet und da ging es rosé darum den mikrowellen trafo den hat er an eine 12 volt batterie angeschlossen und hat die ganze zeit irgendeinen schalter gesucht der mit schönen langen pulsen den richtig schön schaltet bingo naja ihr wisst schon auf was ich hinaus will wieso fällt mir das jetzt erst ein also sorry bastel kollegen dass ich jetzt erst drauf gekommen bin vielleicht seid ihr da schon viel viel länger drauf und wartet nur auf mich und ich komme ewig nicht zu potte so jetzt bin ich aus dem potte und ich habe es probiert es funktioniert natürlich mit unserem back emf wissen ist das alles kein problem sieht jetzt hier alles noch ein bisschen wir aus ist ein 35 volt 1000 mikrofahrt condi und der hat ja auch so eine selbst entladung und ihr seht ja wie lang die pulse dauern und hätte da da wird es geschafft dass da sich so langsam nach und nach voll frisst ja so das hat meine vermieterin die gabi zwei mikrowellen für mich das heißt für mich eine mikrowelle in plus strang eine mikrowelle in minus strang back emf ziehen npm kipp generator ein bisschen einstellen ich bin gespannt so das ganz fix auf die schnelle könnt ihr auch basteln vielleicht wenn ihr wollt bis später manchmal ist es so simpel also sorry noch mal dass ich jetzt was drauf gekommen bin ja in diesem sinne frohes schaffen